Ich hab mich nicht erschro... Hallo mein Name ist Luca und wir spielen heute Slender Dimension. Das ist 2012 rausgekommen und ich spiele 2015. Damit das Ganze aber nicht allzu langweil... Da ist mir gerade die Packung aufgesprungen. Ich habe mir Wäscheklammern im Supermarkt gekauft und wenn ich immer irgendwie mich erschre... Oh, damn, jetzt habe ich ja... Ey, was ist denn los mit diesem Scheißklammern? Immer wenn ich den Slender sehe oder eine Seite oder so ein Momentum finde, keine... Was muss ich überhaupt finden? Ich weiß es gar nicht genau. Jedenfalls stecke ich mir dann so eine Wäscheklammer irgendwo in die... Oh, damn, da oben hat es gerade schon gewittert. Ab hier hat sich irgendwie die Qualität von dem Spiel runtergepegelt. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Viel Spaß noch. Wir laufen hier einfach mal rum. Es gibt ein paar mehr Möglichkeiten und alle meinten... Spiel doch mal Fullscreen! Mach ich jetzt auch. Ich habe Soros-Spieler, wieso tut ihr mir so was an? Oh, damn, we got a nice toilet over here. Was habe ich da gerade hingeworfen? Ich habe gerade Space gedrückt, weil ich auf die Toilette springen musste, aber wollte... Aber irgendwie habe ich da wohl so ein Glowstick gerade hingeworfen. Alles klar. Alter, diese Gänge sehen nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ich will mich weiter von diesem Scheiß-PC wegsetzen, Mann! Das ist voll die Scheiße! Sagt von mir aus, dass ich ein Weichei bin oder sonst irgendwas... Ah, nur ein Schlüssel. Ich dachte schon, da wäre jetzt wieder irgendwas gewesen gerade. Ja, ich bin ein Weichei, was Horrorspiele angeht. Das braucht ihr mir nicht sagen. Das weiß ich seeeelbst. Hallo? Oh, was ist das? We got the first Memento, also. Up. Eine Wäschklammer in die... Oh, God damn. Das war vielleicht eine blöde Entscheidung. Jetzt rede ich das ganze Video wie Taddeus. Alles klar, Freunde. Ich hoffe jetzt einfach nur... Oh, der ist ja immer noch... Rieser Hurenbolzen. Was fällt dem ein? Okay. Next Level... Warte, ich mach's mal ein bisschen anders, weil das tut echt krass weh. Aha! Oh, du heilige Scheiße. Wieso ist er denn direkt da? Alter, ich hab mich auch nie so krass beim Leben erschrocken, ne? Oh, da ist er schon wieder! Du Hurensohn! Was soll das? Du! Verpiss dich doch! Ist das hier ein... Momentum! Hey! Hä? Oh, ich hab wieder so'n Stab fallen lassen. Achso, wir haben gerade wieder den Stander gesehen. Das heißt, die nächste geht... Hä? Okay, wir haben die nächste Wäscheklammer am Start. Ist ja nicht so, dass es mega weh tut oder so. Tschüss, give me that next. Momentum. I just need that shit in my house. Ich weiß auch gar nicht, ich falsch... Oh, da ist eine Statue. Das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus hier gerade. Ach, das ist der Startrop. Ah! Das tut einfach viel zu weh! Oh, oh, guckt euch mein Auge an! Alter! Aua! Das ist eine Narbe! Okay, ich stecke die Wäscheklammer einfach hier unten hin. Das tut dann, glaube ich, nicht ganz so. Die ist runtergefallen. Alles klar. Die andere Wäscheklammer kommt hier hin. Meine Fresse. So, jetzt sei... Ah! Das ist der Grund, warum ich mir nie ein fucking scheiß Ohrenpiercing machen werde. Das ist doch... Das tut doch einfach nur weh. Damn, ich kann schneller laufen. Fällt mir gerade auf. Ich kann schneller laufen. Das ist nice. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, wie diese Momentum aussehen. Das ist halt das Blöde bei dem alten... Ah! Ich habe gerade irgendwas... Eingesammelt. Bei dem Slender, bei dem ersten Video, was ich gemacht habe, wo ich diese Zitronensäure trinken musste, das verlinke ich euch mal hier. Da könnt ihr das anschauen. Da war es noch so, dass da wenigstens Seiten waren. Das heißt, man hat gesehen, okay, da war eine Seite. Die musste ich mir jetzt holen. Aber hier weiß man... Weiß ich halt gar nicht, was ich mir holen muss. Okay, ich kann da jetzt durch. Ich habe, glaube ich, gerade den Schlüssel eingesammelt. Damn, ich habe so viel lang. Okay, mal abgesehen davon, dass mir meine beiden Ohren und meine Nase wehtut. Mach ich... Oh! Diese Scheiße! Ich droppe einfach immer aus Versehen diese Dinge, weil ich denke, Spaces springen. Ich will das nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr. Bitte, Slender, komm einfach runter, töte mich. Ich meine, wenn es nicht schon genug wäre, da... Oh, das ist nur eine Toilette gewesen. Oh, gerade schon wieder ein Herzinfarkt. Das war... Oh, eine Badewanne. Oh! 2 vor 12 von... Damn! I'm so motherfucking good in this game. Ich meine, mal abgesehen davon, dass das alles mega wehtut gerade, kommt mir auch schnott durch die Nase. Oh, ich habe noch einen Schlüssel gefunden. Alter, ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Oh, Mann! Ich will einfach sterben. Slender, please, just kill me. Ah! Shit! Ah! Ah! Oh! Jetzt kommt auch noch so ein scheiß Blitz. Bitte nein, Slenderlein. Lass mir mein geiles Bein. Denn ich muss weiterspielen. Muss die scheiß Momentos filmen. Oh, wo ist denn? Ah! Oh! 3 Stunden später. Alles klar. Ich habe mich nicht... Ich bin der Slender. Scheiß Fotzen-Spiel. So, da ich den gerade noch zweimal gesehen habe, muss ich mir eigentlich noch zwei Wäscheklammern in die Fresse stecken. So, ich habe alle Wäscheklammern im Gesicht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wenn ihr wieder Challenges wollt, dann schreibt mir Challenges und spiele in die Kommentare. Es tut viel zu sehr weh. Bitte lacht, dass ich lache. Tschüss!